Hallo liebe Löwen, willkommen bei Jean-Marc Tarot. Ich habe hier Karten auf dem Tisch für den Zeitraum Mitte bis Ende März 2024. Es sind Karten für dich und ich möchte mir gerne anschauen, was dich in diesem Zeitraum erwarten könnte. Ich habe bis zum schon was an Tarot-Karten vorgelegt, es folgen dann noch weitere Karten. Ja, hier sind die Karten für dich und hier für dein Gegenüber. Ja, deswegen können die Rollen auch vertauscht sein und es ist eine allgemeine Legung, kann und wird hier leider nicht auf jeden Einzelnen passen. Ich beginne hier mit diesen zwei Orakel-Karten, die ich für dich gezogen habe. Ich habe hier einmal auf einem Bein tanzen, Balanceakt. Ja, wann wird eine Sache zum Balanceakt? Wenn man viel um die Ohren hat, ja, und alles gleichzeitig bedienen soll, ja, Haushalt, Job, Hobbys, Kinder, Familie, ja, dann wird irgendwas zum Balanceakt. Aber auch, wenn eine Situation sehr empfindlich, heikel erscheint, wenn man da Fingerspitzengefühl braucht in einer bestimmten Kommunikation, weil irgendwas vorgefallen war oder weil jemand besonders sensibel ist, ja, hier scheint es für jemanden scheinbar kein großer Balanceakt zu sein, weil wir haben hier, ja, so ein Fabelwesen, das ist eine Mischung aus einer Elfe und einem Schmetterling, sehr leicht, leichtfüßig, ja, fast schon ballerina-haft. Da ist dieses Tanzen auf einem Bein ja nicht so schwierig, ja, was anderes wäre, wenn hier ein Elefant abgebildet sein würde, der auf einem Bein steht, ja. Also, dieser Balanceakt scheint nicht so schwierig zu sein. Dann haben wir hier den Truthahn mit der 62. Gib mir Großmut und Dankbarkeit. Ja, hier könnte es um das Verzeihen geben, großmütig über die Fehler der anderen hinwegsehen, dankbar sein für die gemeinsame Zeit, für die Erlebnisse, die man geteilt hatte, ja, auch wenn irgendwas vorgefallen ist. Es ist ja immer schön, trotzdem, ja, so im Nachgang zu sagen, ich bin ja dankbar, weil ich habe ja was gelernt und trotzdem hat es mich irgendwie weitergebracht, mich weiterentwickelt in meiner Persönlichkeit auf meinem Weg. Ja, interessant ist hier diese Satzstellung. Gib mir, gib mir, gib mir Großmut und Dankbarkeit, das sagt doch keiner. Also, entweder man ist großmütig und dankbar oder man ist es nicht, aber man kann das doch nicht vom anderen einfordern. Aber das klingt hier wie eine Forderung und auch der Truthahn ist ja ein Tier, was sich so aufplustern kann. Ja, na, das gibt mir hier zu denken. Ich komme erst mal zu den Tarotkarten. Die Legung beginnt hier mit der Weltkarte. Ja, das zeigt mir an, dass einige Löwen vor kurzem etwas abgeschlossen haben. Ein Zyklus hat sich geschlossen, ja, vor kurzem eine Ausbildung beendet, eine Weiterbildung, eine Weiterqualifizierung oder ein Studium. Ja, irgendwas oder vielleicht ein Umzug, der sehr groß und anstrengend war. Ja, also irgendwas wurde hier vor kurzem beendet. Beendet nicht im Sinne von Schluss gemacht, sondern man hat eine gewisse Etappe hinter sich gebracht. Und nun schaut mal, wie geht es jetzt hier weiter. Auf der anderen Seite, weil hier auch der Ritter der Kelche auftaucht, könnte es darum gehen, dass eine Situation oder eine Verbindung aus der Vergangenheit, etwas, was schon abgeschlossen schien, wieder auftaucht. Und nun geht es darum, wie gehe ich damit um, weil wir hier auch diesen Großmut haben, ja, was für mich für eine vergangene Situation spricht. Ja, wann muss man denn großmütig sein? Ja, man hat etwas beobachtet, etwas gesehen, das hat einem nicht gefallen, das hat einen verletzt. Und dann geht es darum, naja gut, ich bin jetzt mal großmütig und verzeih dir das, verzeih dir deine Fehler. Mit dem Ritter der Kelche bist du hier auf der Herzebene durchaus angesprochen. Ja, das findest du schön. Also wenn es hier darum geht, dass jemand auftaucht, den du schon kennst, wo schon mal was war, ja, da hast du schon gewisse Schmetterlinge im Bauch, ja. Hier trägt ja dieser Mann Rosen in der Hand, schon sehr lieblich, romantisch angehaucht. Aber dann hier mit diesem Ritter der Münzen kommt sozusagen plötzlich eine Wende bei dir. Jetzt geht es hier in die Münzen rein und die Münzen prüfen immer, ja. Entschuldigung, kurze Unterbrechung, ich hatte hier eine Geräuschkulisse. Ja, der Ritter der Münzen und die Königin der Münzen, da geht es sehr stark um Münzen und bei den Münzen geht es ja auch, ja, um Vernunft. Es geht um Bodenhaftung, ja. Bei den Münzen überlegen wir uns ganz genau, wo wir unsere Kraft, unsere Aufmerksamkeit, unser Geld hinwenden oder auch schenken, ja. Weil, wenn man auf die Münzen achtet, dann sieht man auch zu, dass das auch ehrlich, authentisch und langfristig ist, ja. Dass man seine Zeit nicht irgendwie verplempert mit Menschen, die einem sowieso nichts Gutes tun, ja. Wo wir uns nicht langfristig auf diese Menschen verlassen können, auch beruflich. Wollen wir doch nicht in einen Job reingehen, wo wir dann nach drei Wochen rausgeschmissen werden, weil die Firma kein Geld mehr hat, ja, weil die pleite gehen. Also man möchte hier schon definitiv sich nur an seriösen Kontakten interessieren und falls das nicht authentisch rüberkommt, ja, vom anderen, was hier geboten wird, dann zieht man sich da eher zurück. Dann bleibt man hier bei seinen Schäfchen, bleibt man da, wo man halt ist, im sicheren Hafen, ja. Die Königin der Münzen, die wendet sich hier auch ein bisschen ab, die schließt hier die Augen, verschränkt die Arme und schweigt dazu. Also ich glaube, du siehst hier etwas, beobachtest hier etwas und du schweigst dazu, weil sozusagen das, was du als Erwartung, Haltung hast, hier nicht bedient wird, ja. Es wird hier nicht bedient und du spürst das, weil hier beim Gegenüber startet ja die Legung mit zwei der Kelche und zwar umgekehrt. Zwei der Kelche ist so, hey, ich will mit dir was Schönes erleben. Ich möchte mit dir Herz-zu-Herz-Gespräche, ich möchte mit dir eine schöne Verbindung, auch beruflich, ja, eine faire Zusammenarbeit anstreben, wo wir gleichberechtigt sind, wo beide davon profitieren, wo beide sich sehr wohlfühlen. Bei den Kelchen geht es auch sehr stark um das Wohlfühlen auf der Herzebene, dass man halt entspannt ist und sich gut aufgehoben fühlt, geschützt fühlt. Hier sind aber die zwei Kelche umgekehrt gekommen, daneben ist die hohe Priesterin. Ich habe das Gefühl, jemand kommt hier auf dich zu, aber verschweigt dir etwas, ist nicht so ganz ehrlich oder die Motive sind nicht ehrlich. Das bedeutet nicht, dass dieser Mensch lügt, aber es könnte bedeuten, dass dieser Mensch dir seine wahren Absichten verschweigt. Ja, dass dieser Mensch vielleicht so tut, als ob dieser Mensch hier für euch beide was Tolles entstehen lassen möchte, aber eigentlich sind das eventuell egoistische Interessen oder dieser Mensch möchte sich gar nicht auf irgendeine Verpflichtung einlassen. Was du hier definitiv forderst, hier mit den Münzen, du möchtest schon eine Verbindlichkeit haben, hier sehe ich nicht diesen Wunsch nach einer langfristigen Verbindlichkeit. Hier haben wir das Rad des Schicksals, hier diese Figur, die steht ja auch auf einem Bein, ja, so wie hier auf dieser Orakelkarte, auf einem Bein tanzen. Hier versucht sich jemand vielleicht zu verbiegen, dir was vorzutanzen, sozusagen. Jemand tänzelt hier so umher und versucht dabei, dieses Schicksalrad zu drehen, vielleicht eine zweite Chance bei dir zu bekommen, weil das Rad des Schicksals steht auch manchmal für eine zweite Chance. Dann haben wir hier die Königin der Schwerter und der Ritter der Stäbe, beides nebeneinander. Also ich habe im Moment das Gefühl, das ist eine und die gleiche Energie und falls es das ist, dann ist das hier auch sehr unglaubwürdig, muss ich sagen. Weil die Königin der Schwerter, die ist ehrlich, ja, die sagt direkt, was sie möchte, die legt die Karten auf den Tisch, die tänzelt da nicht herum, die ist mutig, ja, die kann klar kommunizieren, transparent kommunizieren. Und hier der Ritter der Stäbe ist das Gegenteil, ne, der ist nicht immer so ehrlich, der Ritter der Stäbe, der flunkert auch manchmal rum, blustert sich vielleicht auch auf, ja, erzählt dir das, was du hören möchtest, um interessant rüberzukommen. Weil der Ritter der Stäbe möchte interessant, feurig, leidenschaftlich rüberkommen, ja, um auch schnell ein sein, ihr Ziel zu kommen. Und diese beiden Karten sind hier umgekehrt gekommen. Hm, also eine Energie, die nicht so authentisch für mich rüberkommt und ich glaube, das ist hier eine und die gleiche Person, weil beide Karten sind umgekehrt gekommen. Jemand versucht hier so ein bisschen durch Strategie und Taktik, ja, hier einen Ballungsakt zu vollziehen, um etwas bei dir zu erreichen. Und ich glaube, dieser Mensch klopft hier an verschlossene Türen und du machst auch, glaube ich, nicht auf. Aber mal schauen, ich kläre das mal hier mit einem weiteren Deck. Aus der Stäbe, Königin der Kälte, Aus der Schwerter, zwei der Münzen. Acht der Stäbe, Zehn der Stäbe, das Gericht. Der Hierophant. Ja, das Ast der Stäbe unter der Weltkarte, wie gesagt, viele Löwen haben hier einen bestimmten Zyklus beendet und jetzt mit dem Ast der Stäbe geht es darum, wie geht es weiter, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Weiterqualifikation erfolgreich abgeschlossen und ja, jetzt, wie nutze ich das jetzt beruflich für mich? Also hier bieten sich Möglichkeiten, Chancen, Ideen. Wenn es nicht das ist, dann könnte es sich bei einigen um jemanden handeln, der wieder auftaucht. Nach einem Abschluss, da war Ende, plötzlich kommt hier wieder das Feuer, das Feuer brennt wieder. Ja, und ich sehe, dass dieses Feuer auch bei dir sehr stark brennt, weil wir haben hier zwei Kelchkarten. Das heißt, emotionell bist du voll dabei, auch wenn du es nicht so nach außen zeigst, aber es berührt dich, ja. Es berührt dich im Herzen. Trotzdem hier mit dem Ritter der Münzen und mit dem Ast der Schwerter lässt du hier deinen Verstand gewinnen. Gewinnen, der Verstand wird hier für Ordnung sorgen, der Verstand wird dir hier sagen, mach langsam, denk langfristig. Auch wenn du hier beruflich ganz tolle Ideen ausbrütest, ja, die Löwen sind ja sehr kreativ, die haben wahnsinnig viele Ideen. Hier sagt das Ast der Schwerter, schau bitte, welche von diesen Ideen auch praktisch umsetzbar sind. Welche von diesen Ideen bringen dir Geld? Welche von diesen Ideen bringen hier Stabilität und Ruhe in dein Leben? Wenn es was Privates ist, dann entscheidest du hier mit dem Verstand und sagst, okay, ich muss jetzt hier vernünftig bleiben. Ich kann mich hier nicht nur meine Emotionen ausliefern, ja, ich muss schauen, ob das hier wirklich authentisch ist, was mir hier präsentiert wird. Ansonsten bin ich nicht dabei. Hier auch zwei der Mönsten, du überlegst schon, ja, möglich auch, dass du hier zwei verschiedene Optionen hast. Interessant, dieser Jongleur, der steht hier auf einem Bein. Das ist hier der Balanceakt. Ja, der steht hier auf einem Bein, der linke Fuß hebt so ab von der Erde. Das könnte hier der Balanceakt sein, wie du vielleicht etwas miteinander verbindest, ja, gerade wenn es hier um irgendwelche kreativen Ideen geht, Projekte, was Berufliches, ja. Wie kannst du das mit deinen Verpflichtungen, mit deinem Alltag zusammenbringen, ohne dass da jemand, ja, Kompromisse machen muss. Also Kompromisse müssen wir immer machen, aber ohne, dass dich das zerreißt, ja, weil zweite Mönsten auf Dauer kann sehr viel Stress erzeugen. Man hetzt dann von Termin zu Termin, ja, wenn es zum Beispiel um was Berufliches geht. Zweite Mönsten zeigt mir auch an, du musst gucken, wo investierst du wirklich deine Zeit, wo lohnt sich das? Setz deine Prioritäten, damit du wirklich deine Zeit, dein Geld, deine Aufmerksamkeit in Dinge anlegst, ja, die auch langfristig dir was bringen, nicht nur kurzfristig. Ja, die Königin der Mönsten ist hier an Langfristigkeit interessiert. Ja, jetzt hier auf der anderen Seite, also ich bin mir nicht sicher, ob das hier alles ein und die gleiche Energie ist oder ob das hier zwei verschiedene Parteien sind, mit denen du zu tun hast, Mitte bis Ende März. Diese ersten vier Karten, wie gesagt, zwei der Kelche umgekehrt. Jemand gibt vor, ich habe dich so gern, lieber Löwe, du bist so toll, ich möchte mit dir hier zusammenarbeiten, ich möchte mit dir in eine Partnerschaft gehen. Hier mit acht der Stäbe macht dieser Mensch Druck oder sehr viel Tempo ist hier drauf. Jemand versucht hier sehr schnell, dich hier zu etwas zu überreden vielleicht. Kommt hier aber schnell an seine, ihre Grenzen, zehn der Stäbe, weil du hier noch eine andere Möglichkeit hast und weil du dich ja auch abwendest, weil du hier vielleicht auch nicht auf dieses, schnell auf dieses Feurige so reagierst, wie dieser Mensch sich das vorgestellt hatte. Ja, und hier auf der anderen Seite, Rat des Schicksals und das Gericht hier umgekehrt, spricht schon für mich dafür, dass jemand hier eine zweite Chance mit dir haben möchte, möchte vielleicht die Vergangenheit rückgängig machen, ja, aber, ja, also mit dem Hierophanten unter diesen zwei Karten habe ich den Eindruck, also entweder ist dieser Mensch gebunden oder es handelt sich hier um jemanden, mit dem du gebunden bist, ja, wie gesagt, wenn es hier ein Ex ist oder ein Ex oder vielleicht auch jemand ganz Neues, den du kennenlernst, sehe ich diese Menschen hier gebunden mit dem Hierophanten. Ich habe trotzdem das Gefühl, es ist hier ein und die gleiche Energie, weil wir haben hier die hohe Priesterin und den hohen Priester, beides haben wir hier zu liegen und das ist schon, jemand, der ganz genau weiß, was zu tun ist, jemand, der so intuitiv vorgeht, jemand, der auch spirituell sein könnte, ja, jemand, der sehr gläubig ist, so gewisse Vorstellungen hat, einen gewissen Glauben hat, wie alles zu funktionieren hat, jemand, der auch andere erspüren kann, die Bedürfnisse der anderen, wirklich, dass dieser Mensch ganz genau weiß, wann du einen Kaffee trinken möchtest, wann du müde bist, wann du gereizt bist, ja, du brauchst nur einmal mit dem Auge zu zocken und dieser Mensch versteht sofort, dass du gereizt bist, ich sage nicht, dass deswegen dieser Mensch, ja, besonders ist, ja, es gibt auch Menschen, die sehr gut andere lesen können und das dann dafür gebrauchen, um ihre eigenen Vorteile daraus zu schöpfen, gibt es auch, aber jemand ist hier sehr, sehr, hat so ganz feine Antennen, ja, weiß genau, was zu tun ist, Tja, na, was machst du damit hier, lieber Löwe, also ich sehe dich hier schwanken, du weißt nicht genau, du weißt nicht genau, was du willst, für was du dich entscheiden möchtest. Ich nehme mal hier noch ein weiteres Deck und lege eine weitere Reihe aus, Fünf der Stäbe, Acht der Münzen, Fünf der Schwerter, so, Die Herrscherin, so ein bisschen schräg gekommen, aber immerhin die Herrscherin, ja, sehr gut. Sechster Schwert, da umgekehrt, die Königin der Stäbe, Siebende Münzen, Zwei der Kälte und Fünf der Münzen, die ihr nicht sehen könnt, einen Moment, Fünf der Stäbe unter diesem Ass der Stäbe, alles, was jetzt momentan neu bei dir reinkommt und extrem schnell und verführerisch, großen Erfolg, große Resultate verspricht, Achtung, prüfe es genau, es könnte hier zum Chaos führen, bei dir und dich nur durcheinander bringen, ja, hier die acht Münzen, bei dir auch wieder eine Münzkarte, ganz wichtig ist hier die Bodenhaftung zu behalten und wirklich nur auf das sich zu verlassen, was einem vertraut ist, da weiter zu machen, wo man bereits den Bereich kennt, ja, also gerade wenn es hier um berufliche Projekte geht, hier die Meisterschaftskarte, du musst hier noch weiter dran arbeiten, das weiter noch verfeinern, ja, wenn du zum Beispiel jetzt hier eine Geschäftsidee hast, ja, der Ratschlag ist hier weiter dran zu bleiben und vielleicht Geld zu sparen, dir weiter Kenntnisse anzueignen, bevor du hier Experimente wagst. sehr schön, wir haben hier die Herrscherin, die ist zwar so ein bisschen quer gekommen, aber die Herrscherin, das ist schon der Anspruch, wenn ich hier was zulasse, ja, egal ob jetzt beruflich oder privat, dann soll das bitte schön auch mir würdig sein. Die Herrscherin hat ja alles, die hat ein großes Potenzial, die weiß, was sie wert ist und das bist du auch dir bewusst und deswegen denke ich mal, wirst du hier vorerst bei dem bleiben, was dir bekannt ist und dich nicht auf irgendwelche Experimente einlassen, die dich nur durcheinander bringen könnten und die auch diese Stabilität, die du hier hast, durcheinander wirbeln könnten. Ja, wir haben hier fünf der Schwerter unter diesem Ass der Schwerter. Ja, das ist so ein bisschen sich ärgern, ja, du ärgerst dich hier ein bisschen ich habe das Gefühl, wenn hier jemand auftaucht und dir hier irgendwas verspricht, hier irgendwie ganz, ganz schnell, ach, der Stäbe hier, das Ass der Stäbe hängt damit zusammen, hier hat jemand die Vergangenheit noch nicht verdaut, egal worum es geht, also, wenn es mit diesem Menschen früher schon mal was gab und dieser Mensch kommt jetzt und sagt, naja, vergessen wir die Vergangenheit, ich habe mich verändert, nein, dieser Mensch hat sich nicht geändert und ich habe vorhin auch schon von egoistischen Interessen gesprochen, wir haben hier die Königin der Stäbe, das ist zwar eine schöne Feuerenergie, das ist ein schönes Pendant zum Löwen, das ist auch starke Löwe-Energie, aber hier sehe ich persönliche Interessen im Vordergrund, habe ich vorhin schon erwähnt und die Königin, die schaut hier rüber auf die Münzen, wir haben hier zwei Münzkarten beim Gegenüber, das sind die einzigen und das sind aber auch nicht die besonders guten Münzkarten im Tarot, hier siebende Münz, niemand hat hier sich was davon versprochen, hier wieder auf dich zuzukommen, ja, hat lange gewartet, aber es kommt nicht so wie gewünscht, ja, muss hier draußen schlafen, auf der Fußmatte, also wird nicht reingelassen, ja, also wenn es hier um Finanzielles geht, kann ich dir sagen, geht es diesen Menschen nicht besonders finanziell gut, dieser Mensch ist hier ohne dich nicht so gut aufgestellt, hier könnte es um diese Werte gehen, interessant auch hier, hier guckt ja dieser Mann auf diese eine Münze und ich habe den Eindruck, das ist die eine Münze, die hier rumliegt, ja, während dieser Mensch hier den Fokus auf diese eine Münze hat, auf dich sozusagen, bist du hier am werkeln, am arbeiten und diese Münze lässt du hier einfach erstmal liegen, die ist vielleicht für dich auch fertig bearbeitet, damit musst du dich nicht mehr beschäftigen, das Gute bei dem Ganzen ist, weil wir haben hier wieder zwei der Kelche und diesmal sind die aufrecht, hier sind die umgekehrt gekommen, ich habe ja eingangs gesagt, jemand kommt hier sehr liebevoll auf dich zu, sagt, ich habe dich gern, ich habe dich lieb, ich kann mir mit dir was vorstellen, eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft, ja, aber hier sind die umgekehrt gekommen, vielleicht sozusagen als Anreiz, um dich zu locken, aber weil du hier so vernünftig bist und so geerdet, wird das diesen Menschen dazu bringen, deine herrscheren Qualitäten vielleicht das erste Mal so richtig in Augenschein zu nehmen, ja, dieser Mensch sagt, oh, der Löwe, ach, ich wusste ja gar nicht, dass der Löwe so stabil ist, so stark bei sich ist, ja, so genau hinschaut, selektiert, das macht ja diesen Löwen noch besonderer, ja, und dann werden die Gefühle bei dem anderen so richtig wach geweckt dadurch, dass du hier dich abgrenzt und hartnäckig bei dem bleibst, was du hast, ja, du lässt dich hier nicht auf irgendwas Neues ein, das sehe ich hier nicht, du lässt dich hier auf nichts ein und da sagt dieser Mensch hier, wow, Löwe ist was besonderes, ich liebe ja Löwe wirklich, weil der Löwe ist wählerisch und wer wählerisch ist, ja, der kann nur eine Herrscherin sein, ja, weil die anderen nehmen ja aus Bedürftigkeit alles mögliche und du sagst, nee, ich prüfe ganz genau und momentan sind mir die Münzen wichtig, ja, das was wirklich glänzt, was langfristig Bestand hat, was mir Stabilität gibt und du wirst hier gar nicht den Fehler machen, den anderen hier reinzulassen, um dem anderen diese Stabilität zu gewähren, sollte andere doch hier für sich alleine sorgen, hier unterm Deck der Eremit, ja, das ist auch eine starke Münzenergie, das ist Jungfrauenergie, Erde, du prüfst hier ganz genau, du beobachtest hier ganz genau und ja, wirst für dich das Richtige tun und alles andere muss dich erstmal nicht interessieren, ist ja auch nur eine zwei Woche Umlegung, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen tollen Frühlingsstart und schöne Ostern, macht's gut, tschüss!